der nächste meint skill von all den jahren er ist halt einfach da ja junge guten tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge world of tanks und ja eigentlich wollte schon im august zu dem neuen update hier ein video machen videos und ja hat sich bis jetzt herausgezogen und ja mittlerweile zog ich schon acht jahre lang world of tanks und ja hab dann gleich hier oben ich das spiel jetzt hier gestartet habe wieder dann premium bekommen und 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 als belohnungen und so ein scheiß also über acht jahre sogar schon als beweis wenn ihr mich hier globt wo bin ich denn da oben links bin ich denn hier 3007 tage ist schon ein bisschen und deswegen ja ist schon ein bisschen was und ja wie gesagt eigentlich wollte ich schon früher mal hier wieder zocken aber ging halt nicht und ja atmosphäre kann man da oben auch freischalten also dass dieses event da kriegt man mehr geld und damit verfassen wir uns jetzt erstmal nicht und ja es hat sie echt sehr viel getan in world of tanks wie diese hunde marken sind neu und fallen die bäume haben sich komplett verändert die skill boy also von den panzern haben sie komplett verändert es sind einige panzer ausgemustert worden ich denke mal die kommen irgendwann später wieder dazu wenn die gebalanced worden sind oder was weiß ich was für ein scheiß also dass man die normal hier wieder erforschen kann aber ihr seht auch hier die bäume die wurden verkleinert na die größten bäume sind trotzdem immer noch die russen und die deutschen aber die bäume wurden da auch verkleinert am meisten fällt es auch vielleicht bei den usa wurden schon gut verkleinert oder auch bei frankreich dabei auch so ein ellenlanger baum die wurden alle ein bisschen verkleinert und ja das habe ich hier an gemerkt der m3 le der beschissenste panzer im world of tanks zumindest der jemals gelebt hat wenn ich auf erforschen drücke geht es nicht mehr weiter und er ist auch nicht mehr hier verfügbar das ist mir direkt aufgefallen bei m3 le der wäre vorm t1 noch gewesen oder irgendwie nach oder ne vor hier vor ich weiß nicht was für eine stufe ist der m3 le stufe 4 doch irgendwie irgendwie so war da da reingematscht vor dem schweren panzer oder was auch immer das war und ja den gibt es halt jetzt nicht mehr finde ich eigentlich gut ich hasse den panzer wie sau aber jetzt kommt die schlechte nachricht jetzt muss ich ihn behalten weil sie nirgendwo mehr anders gibt wer schmarrn wenn ich den jetzt hier verkaufen würde blöd jetzt gesagt uff sag ich dann nur und ja jetzt haben wir da unten noch das ist denn das öffnen 15 stück naja machen wir direkt mal hier so die kistchen auf wir knallen die mal schneller lauf verstanden ok keine dinger hier mehr alles ausgelegen jack norris aufträge ja geil in track norris aha ok schön jack norris lass mich mal hier in ruhe ich würde jetzt sagen wir gehen jetzt hier auch erst mal ins gefecht schön top tier die aktpanzer eine allseits bekannte map den panzer den mache ich aber auch nur die jagdpanzer hierbei die machen bock ohne ende vor allem der hetzer den habe ich so gerne gespielt das ist ein richtig geiler jagdpanzer und ja den hier will ich machen um den e 130 auch perverser panzer was ich gehört habe wurde mir empfohlen deswegen gucke ich auf den auch bei das gehen und es geht ja im prinzip ist ja wohl gehe ich dann aber das nicht könnte darüber alleine gehen irgendwo wo ich alle sind sie müssen eigentlich nach der rechts rüber da könnte ich nicht ein bisschen besser vergraben mit meinen jagdpanzer als jagdpanzer steht man normalerweise nicht ganz vorne an der front sondern schießt vom hintergrund bis hier nach vorne nicht so krass wie die artillerie die artillerie steht ganz hinten und böllert alles nach vorne aber wir wir stellen uns jetzt da oben ein bisschen zu hin im gebüsch dann gucken wir mal weiter ist doch fast nicht dass wir gleich aufgedeckt werden wir haben nicht so ganz so hundertprozentig geile 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 tarnwerte junge warum bleibt zu stehen das weiß der vermutlich selber nicht das weiß er vermutlich selber nicht du musst es normalerweise ein bisschen vorfahren oder fette der kv2 der hess das ist echt ein fettes ding hält viel aus macht viel damage junge du musst zuerst vorfahren ich kriegst uns ein auf die schnauze hier grille ist da drüben die kenne ich hasse wir bleiben jetzt hier schön im gebüsch mein freund warten jetzt hier kann es auch gerne vorfall du willst natürlich ein paar gegner aufstecken das wäre natürlich auch geil oder der drübe ist komplett wahnsinnig einfach ja junge du bist mutig mit sieben leben fährt er da vorne alleine rum alles klar da auch ein bisschen lack gesoffen wow warum schließt ihr von hinten uns an ja kv2 vervor jetzt müsste er normalerweise auch mit vorfahren und ich von hinten rein snipen das wäre das geilste ui da ist ein flamm aufgegangen wie hat er das gedacht er ist offen er ist offen aber ah schade hätte ich ein bisschen weiter hochziehen müssen sind wir vielleicht aufgedeckt das habe ich ein bisschen da habe ich ein bisschen kacke gezielt oh ja feuer schön unterwarnertreffen schön unterwarnertreffen feuer jetzt jetzt schön 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 vorne ist doch einer schön schön unterwarnertreffen voll schlecht gepanzert also unten dran vom panzer junge bist du ein bisschen meine fresse junge was ist mit dir los was für ein trottel sorry dass ich das sage aber das macht man nicht also sowas darf man nicht machen es ist so viel platz was ist denn mit dir los junge hallo was der ein bisschen dumm also sorry also solche die können direkt die band aus world of tanks solche trottel soll dass ich das so sage aber trotzdem das ist ja jetzt hier komplett mal was ich müsste den jetzt nur die klippe schubsen das wäre die einzige richtige reaktion den von der klippe runter schubsen das wäre das einzig richtige so ein trottel ganz ehrlich mein gott dann geht es ein weiter vor solche das ist echt ein volltrott wie er im buch steht sorry dass ich das so sage aber trotzdem bis so was macht man doch nicht ich hatte auch schon mal stand schön um die ecke rum wollte runter schießen und dann wurde ich einfach zum feind reingedrückt das war das war es dann da war ich kaputt der hat gesessen der fahr voraus junge mein gott was man hier für problemos haben ja da hinten nicht sehen aber leider nicht mehr chance vertan chance vertan schade mann ist so untrottel sorry dass ich das sage aber sowas sowas triggert mich wo war ich ja ich habe ja schon mal erzählt ich war so schön dachte schon konnte schön um die ecke schießen und der schiebt mich einfach voraus und dann war ich ohne deckung seitliche panzung ist nichts bei dem panzer gewesen und dann war ich hinüber leider zu spät da habe ich zu spät gedrückt naja jetzt dahinten da hätte ich schneller reagieren müssen da habe ich jetzt leider mit euch geredet böse menschen 2 da darf man nicht und muss man aufpassen muss man aufpassen links 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 er ist direkt geschütter doch 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 hier haa der hat gesessen uuuuuh ah gut 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 das hat gesessen das war geil oh der ist hinüber da wurde einer aufgedeckt ah wir kommen da nicht hin wir kommen da nicht hin nee nicht unser kv2 der trottel ei 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 57 wir müssen aufpassen die artillerie vom gegner lebt auch noch ganz schön und viele jagdpanzer hellcat muss mehr aufpassen richtig geiler panzer hellcat da muss man echt aufpassen er da unten könnte uns noch ein bisschen helfen wenn er ein bisschen da unten die leute noch aufdeckt die hellcat ja und er rammt ihn kaputt ja geil schön hätte ich jetzt gewusst wie man die perks da freischaltet oder aktiviert dann ja würden wir vielleicht ein bisschen merken junge bist du neidisch oder was ich bin jagdpanzer was erwartest du schön das geschützt was ich darauf habe ist auch mega rückwärts 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 der nächste mein skill von all den jahren er ist halt einfach noch da ja junge ich fahr mal noch ein paar schritte zurück sollten vielleicht nicht direkt nebeneinander stehen in ordnung dabei der herr rückwärts kann schon ein bisschen der hat schon ein bisschen skill na fehlt zwar meistens aber irgendwo ist das geleitet auch noch jetzt hat sich sie aber ein bisschen festgefahren wäre ich die artillerie vom feind würde ich definitiv hier nochmal hinschießen einfach so oh die grille fährt vorbei grille wir müssten normalerweise jetzt auch langsam uns vor pürschen normalerweise die position hier üben ist echt geil da fahre ich echt sehr gern rum mit meinen jagdpanzer ich sehe schon jagdpanzer agieren etwas mehr aus dem hintergrund und so und ja ist halt auch geil grille steht da drüben ja die rücken der fuhrie müsste viel weiter nach vorne der t67 der müsste auch weiter nach vor fahren muss sich davor weiter vorne in den hügel zu sichern 9 zu 6 sieht recht gut aus aber sowas kann auch recht schnell wieder kippen müssen wir aufpassen und ich darf mich auch eigentlich nicht so viel bewegen mit meinem jagdpanzer hier müsste eigentlich eher so googeln blöd jetzt gesagt dass ich gelockt bin es gibt auch glaube ich eine taste wo man das festhalten kann dass man so gucken kann aber dass sich der panzer nicht bewegt glaube ich 9 6 9 6 normalerweise wir müssten jetzt normalerweise vor pushen wir haben zwar eine gute position aber wir können bei weitem nicht zu weit schießen hier seht ihr unten die ringe aber wir müssten weiter vor pushen ähm ich pushe jetzt glaube ich einfach mal vor 6 10 zu 7 wir gehen vor wir gehen vor wir gehen vor wir gehen vor das bringt nichts ganz schnell rüber aber ganz schnell hier schnell durchs wasser durch ne 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 junge hier dürfen wir nicht stehen bleiben das ist gefährlich das ist gefährlich ohhhh ah 10 zu 8 10 zu 8 wir müssen vor pushen wir müssen vor pushen kommen wir hier hoch oh shit ich komme hier nicht hoch kacke bis zum hals dann müssen wir sofort fahren dein freund oh oh nur noch nur noch zu viert elf gegen jünger bestätigt verstanden aufpassen nicht dass wir absaufen das wäre es noch 9 also wir geben wir müssen das gewinnen wenn jetzt hier nicht noch was ganz blödes passiert aber darf man nicht unterschätzen kv2 ist halt trotzdem ein fetter boy ne junge ich bleib mal hier unten bleib mal ein bisschen hier unten irgendwo ist hier noch eine artillerie da muss ich mir auch für jeden fall aufpassen könnte mich one shotten aber ist auch ne ist nur eine 5er ist unter mir aber artillerie sind immer beschissen ja mein freund wir müssen uns jetzt ein bisschen nach vorne schlängen die artillerie könnte da hinten rechts stehen könnte aber genauso links sein ich würde trotzdem rüber heizen schön erwartet auf mich vorwärts die gerille geht jetzt auch langsam vor wir müssen aufpassen dass uns die artillerie auf jeden fall nicht hier einen wegschwallacht weil ich denke mal nicht dass die da unten vorbeigekommen sind der schwere panzer und jagdpanzer und so aber weil weil er hier unten wache steht voll vorwärts junge nein uns shit 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 helfen wir helfen wir gut 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 wir mussten müssen das machen wir müssen das aber machen Junge, ich muss mal ein bisschen hier in Versteck rein. Das mussten wir machen. Er hätte nur mal vorfahren müssen, aber er hat sich jetzt nicht getraut. Weil wenn er da direkt vor uns rumgeiert, dann müssen wir da was machen. Oh shit. Das hat er jetzt auch nicht mehr an dürfen. Der dreht da unten. Voll durch. Der, der, der Fury, der müsste ein bisschen Gas geben. Was machen wir, was machen wir zum Glücksten? Weil ich stehe hier jetzt mit dem Rücken zur Wand. Wir haben kritische Treffer erlitten. Wo ist der? Scheiß KV-2. Direkt den Motor reparieren. Ja! Oh, du scheiße Artillerie. Den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir. Ja! Gut. Schönes Gefecht. Hat sich zwar jetzt ein bisschen gezogen am Ende, aber schönes Gefecht. Geil. Schön. Schön. Gefallen mir gut. Gefallen mir gut. Lecker schmecker. Drei Bonus, ja gut, da kann man den Bonus auch mal reinjodeln. Aber irgendwo kann man diese anderen Dinger noch aktivieren. Ich weiß aber nicht wo. Elf Kisten hat man noch bekommen. Schön. Das war düber schön. Teamauswertung. Das war ein ordentliches Gefecht. Hat mir gefallen. Anwenden machen wir einfach mal. 5.000. Wir können, bei dem können wir jetzt echt gut gebrauchen. Bei so einem Gefecht kann man es auch gerne mal mitnehmen. Er hat schon Gefechte gehabt, damit er 10.000 XP rausbekommt. Das war geil mit dreifach. Das geht auch hin. Ja, lecker. Schön. Schön. Wie viel fehlt uns hier noch? Bestimmt 50.000, ja. Theoretisch könnte ich mir jetzt hier den Panther holen. 12% auf Forschung momentan. Hm. Statt 60.000, da muss ich auf jeden Fall den nächsten Tag noch ein bisschen ökkeln. Schöne Runde. Schöne, schöne Runde. Schön. Das war mal eine gute Runde World of Tanks, würde ich sagen. In der nächsten Folge. Oh, schade. Ah, jetzt haben wir da gewonnen mit dem Tiger. Das ist schade. Ah, jetzt wollte ich sagen, in der nächsten Folge machen wir eine geile Tigerschlacht. Aber schade, dass wir da gewonnen haben. Ah. Schade. Aber ich denke mal hier, eine schöne, das war eine schöne Jagdpanzerschlacht. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.